Ein paar Riesengebäude, wahrscheinlich von Bauern. Gehe ich mal von aus. Was ist das denn hier für ein Ort? Naturbad. Ne, muss irgendwie anders heißen. Auf jeden Fall kommen wir auf C-Event zu. So sieht's denn hier aus. Ich muss bloß noch rausfinden, wie ich das einordnen kann. Da ist ein Chinese wohl drin. China-Restaurant. Ne, wir sind noch nicht in C-Event. Guck mal, da ist sogar ein Zirkus linksseitig. Ne, haben den Zirkus aufgebaut. Ja. Lass uns mal gucken, wie wir das einordnen. Ich glaube, das gehört zu Zeben. Ja, da ist auch schon das Ortschild. Stadtzeben. Gut. Gleich durchfilmen. Langsam hier ist ja eine Stadt. Und da oben beginnt dann auch gleich mit Sozialwohnungen. Die Stadt Zeben. Die liegt auch ein bisschen nördlich von der Autobahn. A1. Ja, A1 ist das. Und wir fahren hier nur so locker durch. Das Dienenhaus. Das ist nicht was Christliches. Sonst wird das nicht so heiß. Das wird auch weniger. Und die rechte Seite geht zum Krankenhaus. Da ist eine Fußgängerzone in Zeben. Heute ist Samstag. Irgendwie so um 10 Uhr. Und wir fahren jetzt geradeaus. Ja, wir fahren erstmal geradeaus. Das ist eigentlich immer der Sonne nach. Beziehungsweise darauf achten, dass die Sonne im Rücken ist. Das reicht schon für die Orientierung. Hier ist Zeben. Die Bäcker gibt es dann auch. Was ist das denn für ein verkommenes Auto? Irgendwie auf den Lampen auszutauschen. Das ist eben eine beschauliche Kleinstadt. Das ist eben eine beschauliche Kleinstadt. Ja, normalerweise kommt sie ja später. Im Schichtwechsel irgendwie zum Mittag oder so. Was ist das denn hier in Lidl? Lidl gibt es auch im Osten immer. Eisbahn mitten im Ort. Sieben. Hier scheint noch irgendwie sicheres Gebiet zu sein. So halbwegs. Was ist da denn noch? Guck mal, hier hat sich die griechische Säule aufgebaut. Die Akropolis hat er sich dahin gebaut. Wir schauen jetzt gerade aus. Hoffen mal, dass wir nördlich der Autobahn bleiben. Das ist unsere Zielsetzung heute. Mal gucken. Das wäre schon ein Räumen. Das wäre schon ein Räumen.